Sie hat was gefunden? Wir gehen auf Nummer sicher, ha? Das war nicht so lange vor. Sie waren Survivor. Sie könnten sinnvolle Sachen haben. Dieser ist nicht zurück. Mal sehen, was er noch hat. Ich schaue diesen. Schau an sie. Ich bin fast schwer zu kommen und Dinge werden nicht besser werden. Wir haben nur die drei Taschen. Oder wir müssen ihn rumdrehen. Das kann auch sein. Also ich würde meinen Pass und alles auch behalten, um ehrlich zu sein. Oder Bilder oder so. Zumindest so kleinere. Wir waren davor in der besseren Gruppe. Da war auch Lee dabei, ne? Ist klar. Um Lieber sowieso. Ein Nullfile. Diese Dinge sind großartig. Eine Klappe, eine Flinke. Jamie hatte sie immer in ihrer Brust. Ich hatte meine Hand, wenn ich in die Richtung ging. Okay, wir haben den mit der Munition. Sie hat den mit der Waffe. Können wir tauschen? Oder wollen wir irgendwie kombinieren? Fände ich nicht schlecht. Sie geht auf Nummer sicher und das finde ich gut. Hier, gib mir eine Hand. Okay, wir drehen ihn rum. Oh, oh. Das ist die Brille von Sarah. Na ja. Na ja. Ich weiß gar nicht, ob ich Sarah... Also ich persönlich weiß jetzt nicht. Oha. Okay, komm on. Okay, wir müssen auch finden. Okay. Das ist glaube ich, es war Null. Was war das? Bildfehler? Und das ist... Nick. Scheiße. die frage ist die frage ist ist er wegen dem schuss also wegen der schusswunde die er sich bei der flucht zugezogen hat oder die er abgeklickt hat die kugel ist gestorben oder wir haben dort immer dieses problem mit dem zug im arm fräulein das ist immer noch ja eben hau doch mal richtig zu ist er an der schussverletzung einer schussverletzung gestorben oder wurde er noch mal gewissen das ist die frage aber da unten am hals ja auch eine bissspur kann schon so dass der biss war die künfte der flug muss er ein paar in die spie präger die kreis japan in der dann besser deshalb haben wir auch die die hat sich erst in anführungsstrichen klang im lichens Es wird dich getötet. Hier, benutze das. Sehr effektiv. Wir können das tun. Sie klingen nicht zu gut. Die Klinik läuft. Okay, wir sind in. Was jetzt? Beginn mit einem besseren Blick. Nicht so! Du kannst es nicht! Wie geht es dir? Du kriegst den nahen. Und ich habe den Fenster, um den anderen zu holen. Fertig! Das haut so nicht hin. Und so schon. Du bist zu klein. Du weißt, was du machst. Jetzt klingst du das. Ich habe eine schöne Edition in deinem Arsenal. Ich bin ein Mensch. Ich habe ihn nicht zu schützen. Ich habe ihn nicht zu schützen. Ich stelle einen Knife drauf, als er es gesessen ist. Okay. Wir schauen uns was, was wir haben. Das ist eine Waffe. Das war so die erste Idee, die mir eingefallen ist. Können wir? Wir durchsuchen den mal. Das bringt uns nichts, okay, ich wollte nur mal wissen, was passiert, wenn wir uns nochmal nach links drehen, äh, ja, nach links und schauen. Ja, dann gehen wir mal darüber. Da liegt nichts, ich hoffe, dass wir jetzt nicht zu viel Zeit verschwenden. Ich wollte da noch reingucken. Moment. Zündschloss ist leer. Ich will die Hupe nicht verwenden, warte mal kurz. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass eventuell, wir machen das jetzt mal so. Okay, jetzt die Übung. Aus Knie und ins Gehirn. Sie hat's verstanden. Klemmen werden immer abgezockt, ne? Wir wissen, die Hupe noch, ne? Die Hinterkopfballen. Von dem Truck. Und was gibt uns das Interesse der Menschen? Die Menschen. Wie kommen wir in? Wenn wir genug Ruhe machen, dann können wir die Walkers hierher kommen. Dann können wir einfach durch den anderen Trailer und unsere Freunde kommen. Okay. Was denkst du davon? Wir machen etwas Ruhe. Kann man die durchsuchen? Kann man die durchsuchen? Was denkst du? Wir sollten sie suchen. Komm her. Gib mir mal einen Zündschlüssel. Moment, 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 Moment. Da leckt doch noch einer. Ah, okay. An dem kann... Ich versuche jetzt gerade mal irgendwie, ich versteife mich gerade ein bisschen auf den Zündschlüssel, aber es könnte ja klappen. Kommen wir da nicht rein? Okay. Da kommen wir nicht hin. Probieren wir es doch mal mit dem Fernseher. Hat niemand geguckt. Können wir vor dem Wagen... Wagen? Ne. Gut, die Hupe. Mehr bleibt nicht. Hupe. Wenn die da drin ihr Maul halten würden. Wir brauchen irgendetwas. Wir brauchen irgendetwas. Wir brauchen irgendetwas mit dem wir praktisch, äh... das dauerhaft... hinbekommen. Also dass die Hupe praktisch im Dauermode fängt. Also im Dauerhupen. Wir legen ihn auf die Hupe. Wir legen ihn auf die Hupe. Wir brauchen ihn auf die Hupe. Wir brauchen ihn schön drauflegen. Uh oh. Uh oh. Auf Knie! Sehr gut. Hä? Hä? Warum? Ich mein... Ich bin mal runtergerutscht oder was? Es ist lockt. Dann probier was anderes. Du musst mehr Kraft benutzen als das. Ein bisschen Muskel rein! Ich hole sie weg. Ich hole sie weg. Ich hole sie weg. Ich hole sie weg. Na alter! Mädchen, Mädchen. Okay, die kriegt auch nicht viel zu essen. Vielleicht liegt zwar da dran. Umschmeißen. Um... Sarah, bitte. Wer ist da? Luke! Clem? Oh, danke Gott. Nick findest du dich? Er hat einen Weg gemacht. Er hat eine Hilfe für dich. Ich... Ich habe ihn draußen gesehen. Er hat einen Weg gemacht. Er hat einen Weg gemacht. Aber wir haben ihn gehalten. Du weißt. Fuck. Fuck. Wenn ich hörte, dass du dich durch die Tür spielst. Luke! Du bist okay? Ich bin... Ich gehe. Ich kann nichts mehr machen. Sarah. Sie ist eine andere Geschichte. Ich weiß nicht was zu tun. Was ist das? Was ist das? Du musst dir helfen. Sarah, schau dich. Es ist Clem. Sie sind gut. Sie sind gut. Sie sind gut. Sie sind gut. Sarah, komm mal. Wir müssen jetzt gehen. Was sie bitten? Sie haben sie? Nein. Sie ist nicht bitten. Sie ist einfach... Ich weiß nicht was zu tun. Ich kann sie weg. Ich versuchte sie weg. Ich versuchte sie. Aber ich glaube, Carver hat mich ziemlich gut gemacht. Ich weiß nicht. Es war nach Carlos. Sie hat es verloren. Sie hat es angefangen. Ich habe sie nach wie lange. Das wird nicht lange halten. Das wird nicht lange halten. Okay. Hör. Ich... Ich... Sie werden dieses Ort öffnen. Wir können nicht bleiben. Also wir müssen sie wegziehen. Oder wir müssen... Ich habe es versucht. 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 Ich konnte sie zu mir nicht sehen. Clem? Nein. Mhm. Mhm. So Fräulein. Hör mal zu. Sarah... Es ist ich. Hi. Okay. Es ist schon mal ein Anfang. Probieren wir es doch mal so. Nein! Oh shit! Hm? Hm, mach die Bäume zu. Oh, we got it. Clem, there's no time! Clem, listen, Jane might be right. When everything started, I met my friend Lee. He tried to help me find my parents. He protected me more than anyone else in my whole life. He died to keep me safe. I was so scared. But you're still here. Because he taught me to be strong. Even when I'm scared. Because he wanted me to live. And your dad protected you, because he wanted you to live. He would still want that. It's a little bit broken, but it's still going. Get to the skylight! Now! Come on, I'll boost you. Mhm. What's going on back there? My ribs. We're gonna need something to stand on. Luke, get over here! Help me hold this! Well, we have to go. Clem, see what you can find! The refrigerator will be too hard. Can we use this? It's not big enough! That's what I thought. The refrigerator is too hard. The fridge! Forget it! That thing ain't fudging. Find something else! It's not big enough. It's actually just this. Can we use this? Yeah, that would work. What? Oh shit. Okay, ready? On three. One. Two. Three! Unchnell. Unchnell. Woah! Button mashing! Chain! Clamp! Clamp! Help her! Help Chain! Okay, go! Go! Keep pushing! Go! Okay, weiter in Kontakt. Chain schafft das. Chain schafft das. Chain schafft das. Einer kommt uns hinterher, schürfend auf dem Boden. Weißer Blatt. It's through! It's through! It's through! It's through! Chain! It's through! Luke, you first. We need you up top. Okay, come on. Clem! Sarah, we have to go. Are you listening? I can't do it. Now, Clementine! If she doesn't want to go, you can't make her. Don't let her take you down too. Not again. We can't do it. I can't do it. I can't do it. I can't do it. Don't make me leave you. Come on. Dying like this is stupid. You can't save her, Clem. We have to go. Believe me. I know about this. Hurry up! I can't do it. Yeah! Move! Move! Here! Come on! Clem! Grab her! I should do it. I should do it. End your car. We should go. There you go. 've already had one too big grip on the thigh and she's are Sold to live. We have to go! Er has done that. I have planned! My ladies and gentlemen! De Garrett Paladin. Myешь, it he broke. But downright. Okay. Na, das ist ja wenigstens insofern gut gelaufen. Hört man jetzt die Zombies oder Walker noch klopfen, weil es ein Bug ist? Jetzt ist es weg. Bitte, Sarah, du musst versuchen, oder du wirst nicht gut sein. Leute wollen dich helfen, wenn du nicht versuchen. Aber ich bin nicht gut. Just versuchen, kannst du das tun? Sie braucht nur ein bisschen Zeit, Clem. Lass sie ein bisschen sein. Ich weiß nicht, was ich... Ich weiß nicht, wie sie ist. Sie wird Probleme geben. Ich weiß nicht, Clem. Ich würde es nicht mehr tun. Und nur weil du sie rausgehst, heute ist, das bedeutet, dass du sie verletzt hast. Trust me. Ich versuche, zu retten, Jamie zu retten, aber sie verabschiedet hat. Ich kann nicht glauben. Als Sie gesagt, gehen Sie, ich war der erste auf dem Ruhm. Ich habe bereits gemacht, um mein Leben zu machen. Luke, du kannst es nicht geben. Tja, wenn man immer der ist, wo hilft, und man plötzlich mal Panik hat. Ich trage meine Frau über vier Städte, und jede Nacht sie sagte, dass sie nicht aufstehen. So ich convince sie, oder sie sie, oder sie sie, wenn ich sie hatte, wenn ich sie hatte. Until dieser Zeit, walkers uns cornered, forced uns auf den Ruhm. Und wenn sie immer kam, ich... Ich konnte sie nicht schlafen, konnte sie nicht schlafen. Ich konnte sie nicht schlafen. So ich versucht etwas anderes. Ich sagte, sie konnte was sie haben, was sie wollte. Und ich sie da. Oh, das ist natürlich schlafen. Ich schlafen sie nach dem nächsten Geburt, von mir selbst. Du hast deine Frau geblieben? Jane, ich bin wirklich entschuldigt. Sie hat mich für lange Zeit getötet. Aber ich habe endlich herausgefunden, dass ich sie auf eine Forst-Marche durch die Hell. Und alles, was sie wirklich wollte, war für mich, um sie wegzunehmen. Sarah war auch das Weg. Jane? Das ist die Ansichtssache. Zuhause. Das ist das Weg.